Herzlich Willkommen von meinem Play. Ich nehme nochmal eine Runde Castle Crush. Gehen wir los. Erstes Spiel gegen B-Log Toon, äh Second, sorry. Von den Pinoy Fighters. Ja, hoffen wir mal, dass das hier klappt. Ein Deck mit zwei Legendären ist mal ganz schön. Der Gegner gefällt mir noch nicht so. Welche Spieler mag ich überhaupt nicht? Ah, meine Skelette riegeln oben. Schön. Erstes Spiel gewonnen. Und jetzt noch eins. Ja, wenn euch das Video soweit gefällt, könnt ihr auf jeden Fall den Daumen nach oben da lassen. Dann wird es auch mehr solche Videos geben. Erstmal den Skelett König weg tun in dem Spiel. Wegen Evil Ember von Aussie Avengers. Aus Amerika. Grüße gehen raus. Ja. So weit, so gut. Drache kommt weg. Ja. So weit, so gut. Drache kommt weg. So. Die Skelette sind noch geblieben. So. Dann spielen wir hier auch direkt mal die Pfeile. Und dann die Skelett Könige, damit es in der Mitte noch ein bisschen mehr reinhaut. So. Phönix geht auch klar. Wenn ihr mal ein Video mit dem Phönix Deck sehen wollt, dann schreibt einfach in die Kommentare. Hashtag Phönix. Dann wird es auf jeden Fall auch kommen. So. Da haben wir jetzt gewonnen. Die schwarze Hexe hätte oben noch eine gedauert. Und da es unten so gut lief, haben wir das Spiel auf jeden Fall geregelt. Also dann, bis zum nächsten Video.